Yo, servus Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge FIFA 17 Karrieremodus Ja, nach unserem letzten Sieg gegen FC Arsenal lief ja alles eigentlich seitdem bisher eigentlich nur gut Also wir sind jetzt hier eher schon in der Tabelle Ja, Ibrahimovic ist natürlich jetzt auch noch Top-Torjäger, das ist natürlich auch perfekt Also wir sind ein Erster, das ist auf jeden Fall gut, nachdem wir jetzt gegen Arsenal gewonnen haben, wie schon gesagt Und das läuft auf jeden Fall alles perfekt, wie schon gesagt Ja, die Aufstellung ist natürlich jetzt nur eine Sache, jetzt haben wir ein Spiel gegen wen nochmal, das habe ich schon vergessen Gegen West Ham natürlich Ja, ist natürlich jetzt so, dass halt Rooney und Ibra halt natürlich schon eine gute Form haben, genauso wie Mkhitaryan Also ich glaube, ich lasse dann links Rashford spielen, weil der kann es ja Oder auch nicht, ja aber trotzdem lasse ich ihn links spielen Weiß ich, Depay ist gerade nicht so in Form, das gefällt mir gerade gar nicht Ja, eigentlich könnten wir theoretisch auch so spielen Ja, Premier League Action Managed United gegen West Ham United Ja, also ich hoffe mal, dass wir das Spiel jetzt auch gewinnen, weil Immer wenn es mit mir gut lief, dann lief es danach irgendwie immer nicht gut Aber jetzt haben wir einen Sieg gegen Arsenal halt gehabt Und ich hoffe mal, dass ich es auch ausbauen kann Weil, sagen wir mal ehrlich, der Sieg gegen Arsenal, der war ja, sagen wir mal Bei manchen Szenen auch ein bisschen glücklich, also Ja, das war halt auch so ein Ding Und Luke Shaw mit der ersten Chance schon mal Oder auch nicht Ich bin auf passen gekommen, richtiger Crap hier Und schon wieder Luke Shaw Zu Pogba Und Ne, komm, komm, komm Pogba Komm schon Pogba, du Maschine, Alter Komm, kriegst du Ja, das ist irgendwie, die Anfangsphase ist eigentlich so lala Also wir sind die ganze Zeit auf dem gegnerischen Feld, beziehungsweise Hälfte Und ja, ist eigentlich gerade nicht so spektakulär Aber das Spiel gegen Arsenal war ja auch wirklich, ähm, langweilig eigentlich Also deswegen musste ich da auch viel rauscutten, bevor ihr immer hier noch einschläft Ähm, so Pogba zu Luke Shaw Juan Marta zu Henrik Mkhitaryan, der Armenier Mkhitaryan zu Rooney Und sehr schön, der passt zu Marcus Rashford Der sich auch eigentlich mal links zeigt, weil bisher war es nur Luke Shaw Und Rashford, Mkhitaryan Pogba kann schießen und er schießt und Schöner Schuss hier von Pogba Hat halt gehalten, passt Soll die darauf folgende Ecke von Mkhitaryan Zu Pogba auf den Kopf und Rashford ist da, aber Scheiße gelaufen, ne Und Pogba zu Marcus Rashford Und Rashford ist schnell und er ist richtig schnell unterwegs Marcus Rashford, der junge Engländer Marcus Rashford zu Juan Marta Und immer noch Sag mal Ja genau Guck dir das mal an, Alter Na gut, erste Chance hier für Westen United Von Dimitri Payet Den man ja tatsächlich auch richtig so rausspricht Was ich auch nicht gewusst habe So, was Juan Marta verletzt, das darf ja wohl nicht wahr sein Was hat denn der Vogel jetzt schon wieder So, Wayne Rooney zu Henrik Vergiss es Ja das Spiel ist eigentlich Wie soll man sagen, irgendwie komisch Also Und ja, schon mal eine Chance für Westen Die De Gea natürlich pariert Irgendwie ist das Spiel schon komisch Ich treffe irgendwie Keine Ahnung, ich habe irgendwie schon so die Dominanz im Spiel Aber Keine Ahnung, Tore schießen kann ich irgendwie gerade nicht Das ist richtig komisch Gegen Arsenal war der erste Schuss schon mal drin In der siebten Minute von Ibrahimovic Aber Ja Genau, das habe ich mir genauso vorgestellt So wollte ich den Ball genau haben Perfekter Pass Ja, Halbzeit Immer noch 0-0 Ach, was für ein unspektakuläres Spiel eigentlich Also das ist echt richtig langweilig Ich hoffe, dass er jetzt hier die Tore mal schießt Gegen Westen Ja, halt unentschieden spielen Muss ja nicht jetzt unbedingt sein Und Rashford Schöne Balleroberung hier vom Engländer Markus Rashford zu Zlatan Ibrahimovic Und Ru Ja, Rooney kommt Zu Rashford Rashford zu WTF, was macht der? Rashford Zu Juan Marta mit rechts Ja Ist halt Linksfuß Aber der Schuss war eigentlich nicht mal so schlecht Äh, Quatsch, der Rechtsfuß Also der ist Linksfuß Ja, aber der Schuss war mit rechts Weil in 417 sind ja Die Schwächen Also die Schwachen Füße Von den Spielern Irgendwie vollempfindlich gemacht hier Und der kam wenigstens mal aufs Tor Wenigstens mal Haha So Und Fogba Mkhitaryan Mkhitaryan Immer noch Mkhitaryan Ibrahimovic Genau So wollte ich es haben Aber das sah ich auch schon 10 Mal am Tag Ähm Ja, komm, jetzt ist was los Mkhitaryan Und Markus Rashford zu Ach komm, das war so eine geile Balleroberung hier schon wieder Das ist nicht normal, was das schon wieder hier für eine Scheiße ist Komm jetzt Komm jetzt Komm Smalling Alter Also den kann man schon bekommen Weiß nicht, was der Scheiß schon wieder hier soll Ja, Bayram und Rashford Er guckt dir das mal an Als ob der gerade den Ball nicht bekommen hat So, hat Smalling Hat Smalling So, Markus Rashford Zu Luke Shaw Und Luke Shaw Warum ist er eigentlich so oft offensiv Das verstehe ich gerade nicht Also ich habe nichts eingestellt Ja, komm Pogba Und Pogba zu Henrik Mkhitaryan Ach komm Ey, dieser Mkhitaryan Der macht gerade irgendwie nur Bullshit Muss man jetzt hart zu sagen Markus Rashford Ach komm Was ist das, ey Komm, der wächst hier jetzt aus Der macht irgendwie gerade nur Scheiße Äh, Rashford raus Für Martial Die Pei rein Für Mkhitaryan Weil der auch irgendwie gerade nur Bullshit macht Und Marta raus für Äh, lassen wir mal Herrera Paul Pogba Und Pogba Pogba Zu Ibrahimovic Komm, renn Junge, renn Und Pogba wieder Und Paul Pogba Ach komm Ey, ich schwöre, ich kann schon wieder kein FIFA spielen Das ist echt schlimm Ja, komm doch her, ey Guck mal Gucken dir mal an, Digga Ah, lol, ich hab ihn sogar Ja, Pogba ist eigentlich gerade am auffälligsten Wie ich finde Ja, aber Guckt, also wenn ich schon das hier ansehe Und Ja, komm, Damian Schön, 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 schön Komm Komm schon, komm schon Komm schon, Mann Ey, ich schwöre, ich kriege euch kein Tor Das ist echt schlimm Und ja, Rashford Rooney mit dem Schuss Ah, what the fuck, Alter Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie voll der Kalle daneben oder so So, Eke, Rooney Memphis Depay Die Aspects sind schon gerade geschehen Äh, und Herrera Na, super Schuss auf jeden Fall Und Depay Memphis Depay, der Holländer Depay Depay Ach komm, warum geht der nicht durch Ah, scheiße Bullcrap Ja, nein Was Oh Mann, als ob es schon zu Ende ist, Digga Das waren noch zwei Minuten, Mann Ja, ein enttäuschendes 0 zu 0 Was auch wirklich Was für ein spektakuläres Spiel war das denn Was? Chase hat verloren gegen Tottenham Ja gut, dann passt die Sache, ja Ja, aber ich merke, dass ich mich gleich verbessern muss Crystal Palace jetzt hier im EFL Cup Ja, das kommt dann in der nächsten Folge 417 Karrieremodus Jo, das hier Äh, zum Karrieremodus 417 Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und wünsche dir allen noch einen schönen Tag Haut rein, ciao